Moinsen Leute, hier ist euer MrGaming Sound. Let's play mit dem Kiff gefunden und weitergespielt. Boom, 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 Blocks Party. Oder Theater. Yo, Kiff, warte für Sie. Äh, wo haben wir das letzte Mal denn aufgehört, großer Meister? Also, ich schätze, wir haben hier aufgehört und wenn nicht... Echt? Du hast hier doch die letzten... Echt, ich glaube... Ich bin relativ sicher. Egal, 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 egal. HIV-Positiv sicher. Auf jeden Fall, ich hab hier nen Zahnbiss im Kopf, den gibt's heute wie im Sonn... Was? War das n' Fisch? Ja, der macht... Mit voll herzlich willkommen zum zweiten Part dieses verdammten Boden-Let's-Play. Die Laserstrahlen of Doom. Ach, da ist, äh... Da der erste Part ja sehr gut angekommen ist... Pope-Kanone! Das war aber nicht für dich. Das war aber nicht für dich. Nein! Oh, Alter! Oh, tschüss! Machen wir mal, wir dürften keine Edelsteine... Also dürfen wir schon, aber... Ja, wir haben... Wir... Wir... Wir wollen ja nicht pushen, ne? Wir wollen ja nicht pushen, meine Freunde! Alter, oben ist... Jau! Ich kann mir das nie verkneifen, weil das ist immer zu geil, halt! Oh! Oh! Kevin! Ah! Geh weg, geh weg, geh weg! Nein! Ey, helfen mir auch, du... Du Karies-Inferner! Two-Story, Bruder! Komm her! Ok! Ey, warte, ich hol das Schiff runter! Die dicke Anna! Anna sitzt auf dem Boot! Ey, du... Du hast meinen... Obst egal! Ja, stell dich doch da drauf, du Zigo! Das war schon wieder ein bisschen knapp, ne? Ey! Die... Achtung, meine Genki-Dama in grün! Die hat dir auch voll geholfen! Ja, die hat... Uns fehlt wieder ein Edelstein, aber lass uns noch weitergehen! Wo denn? Uns fehlt einer! Oh, müssen wir den holen! Nein, nein, lass uns weitergehen! Ich hab mich mit meiner eigenen Pope gekillt! Das fand ich jetzt gerade sehr... MAH! Das ist auch ne Scheiße! Bist du so scheiße, Toni! Ich bin nicht scheiße, ich bin... Zu fancy für das Spiel! Bist du der Swagginator oder was? Ah, ich bin der Swagginator of Doom... Und Swag und Hip-Hop und so bin ich auch noch und... Hast du nicht alles gesehen! Ey, ich glaube echt, wir haben Left übersprungen, aber egal! Mir soll's egal sein! Ist ja dein Let's Play, nicht meins! Ich mach ja nur mit, ich werd ja gezwungen! Ey, wir haben gar kein Level übersprungen! Äh... Pfff! Weg von meinem Boot! Weg von meinem Boot! MMM! Ja, ich werd... Geh mal weg, Toni, aus dem Weg! Schau dir mit Feuer weg! Ja... Da... Uh, er brennt! Es brennt! Es brennt! Nein, der hat mich auch angeschreckt! Jetzt hat er... Wir hätten das Spiel auch Very Hard spielen sollen, denn du wärst gestorben, jungweil so schnell! Ich bin... Very Hard! Ich bin... Very Hard! Rargh! 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 Du gehst dauer... Aber ich muss damit! Du musst mit Supersonicspeed! Ne. Supersonic... Da gibt's nen Lied das heißt, wusstest du das? Supersonicspeed! Warum bin ich was... Ich hätte Schleichen, ja! Das Lied ist aus den 80ern du kleiner Furz! Spiderman! Spiderman! Was macht das eigentlich für einen Unterschied, wie lange und wie alt der Song ist? Ja, das hört sich ja heutzutage eh keinen an, weil die auch eh alle nur auf die ganze Viva-Kacke stehen da, und, und auf diese ganze Gay-One-Scheiße und so. Ah, ah? Ah! Ich weiß, Kevin, das passt nicht her. Wusstest du, dass Gay-One einen Diss-Track gegen Bushido angekündigt hat gestern? Ja, hab mir auch gedacht, das Mädchen fängt an zu singen. Ey! Ich bin zu fett? Ich bin zu fett? Würdest du mich verarschen, du fette Hummel, oder was? Pass mal auf, wenn ich gleich den Laser rauslassen. Wir haben alle, wir haben alle! Nööööööö! Schnapsel dir, komm Pokémon! Schnapsel dir, komm Pokémon! Oh, das passt ja gar nicht her. Wieso, die ist doch Schmutz. Guck mal, das sind Teenager, die nicht kämpfen, sondern... Die kämpfen nur. Hör auf mich voll zu spritzen. Ja, genau. Du bist einfach nur schlecht. Ich werde die ganze Zeit hier mit Theo eingesprüht. Hör auf! Alter, was war das denn für ein Montageclip, Bruder? Montage... Jetzt hör auf, Mann. Au! Der hat das Boot auf mich raufknallen lassen. Mein Boot, mein schönes Boot. Die dicke Anna sitzt so auf dem Boot. Boah, das war knapp. Da oben, rechts, kletter mal die Stange ganz hoch, da ist was. Oh mein Gott! Stange hochklettern kennst du dich aus, ne? Ja, ich stecke ja jeden Tag eine Lady Stange hoch. Ha, ha, ha. Ey, kommst du her. Ja, komm mit, du Zigeuner. Geht zu... Du gehst rechts lang, du gehst rechts lang. Pfff. Aha. Na, wieso? Ich bin doch... Kannst du irgendwas? Ja, ich kann mir... Nein, das sag ich jetzt nicht. Das ist nicht jugendfrei. Ich kann an meiner Stange spielen. Und ich kann was, was du nicht kannst. Autofahren. Ja. Was kannst du? Ich kann Autofahren. Wir haben schon wieder ein... Ja, der boxt mich ins... Das hast du verdient. Immer in die Fresse. Boing, 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 boing. Wir haben schon wieder einen vergessen. Oh, ich fang... Ich bin nicht gegangen, wie ich... Wir fangen an zu wein, du Mädchen. Übrigens, Leute, die Zeit... Türen, die hier gerade links... Saat, machen wir nicht. Äh, was ist das hier? Gibt es das Wort Saat? Oder gesehen hast? Gesagt, sehen... Aber ich kenne mir manchmal auch gerne selber Wörter aus. Ja, siehst du auch aus. Warum weint denn der eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich bestell mich irgendwie nicht so doof an. Das bist dann nur du. Äh, warte, äh, äh, äh... Achso. Und... Ey, kommst du auch mal? Achso, ich dachte, das bin... Das bin du gerade. Ey! Ich bin aufgespießt worden. Jetzt guckt euch mal an. Die Entwickler haben da links LOL hingeschrieben. Das ist voll gemein. Ich bin so scheiße. Ich spiel gerade einen Furz zusammen heute. Ey, ich hab nicht mal gesoffen. Kevin, ich brauch dich mal hier. Oh! Oh, das war knapp. Oh. Der lacht mich aus. Los, komm du Zahnbürste. Wir müssen die geheime Karies irgendwas finden. Ich mach heute... Komm, wir brauchen das vom Blender Med. Oder, nee. Wie war das immer? Wie diese Zahnpasta werfen... Wie war das bei der Zahnpasta werfen, wo der alte immer mit seiner Zahnpasta gegen die Tomate gedrückt hat? Was war... Was war das immer? Äh, Kolgarte, oder? Kolgarte. Kolgarte. Was für ein Ding, das kenne ich ja nicht mal. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas, was es nur, wo ich da drü... Äh, wo ich überhusten, Alter. Nee, nee. Ich fange nicht schon wieder Diskussion mit der Kuppelstadt an. Nein, nein, nein. Guck mal, siehst du, ich kann mich hochteleporten. Bleh! Ja, das Spiel denkt sich nicht für Leute, die so scheiße sind, dass sie sowas einbauen müssen. Ja, dafür trotzdem bin ich besser in Call of Duty als du. Hä, eins gegen Ajo, ich hab dich doch bei Mb2 einfach mal... Alter, wie oft du das sagst, das ist immer bis jetzt gelogen. Weil ich bin doch hier der... Ich bin doch hier der Quickscope-König hier von... Ey, ich will auch so groß sein. Oh, Alter, ich bin komplett gelb. Oh, guck mal, ich krieg Blumen zugeworfen. Je, ich bin der King, Alter. Oh, ja, Mann. Darf ich mir einen neuen... Ach so, du wirst schon beenden? Warte, 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 mal. Erstmal müssen wir... Erstmal musst du dir vorher sagen, wenn du beenden wirst. Also. Warte, ich guck auf meine... Ich guck in die Flasche, wie spät es ist. Nein, auf fünf Minuten. Nee, dann machen wir den Part Schluss. Aber was, dann geben wir noch kurz den Giftjob, oder? Nein, wir machen jetzt den Part Schluss, dann machen wir den zweiten Part den Giftjob. Nein, wir machen jetzt den Part Schluss. Alles klar. Dann, Leute, danke fürs Zuschauen. Und der dritte Part wird auch irgendwann bald noch folgen. Und natürlich den vierten, fünften, sechsten. Ja. Also, Leute, wieder geschauen, Ryan gehauen. In die Fresse gehauen. Ciao. Tschau. 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 Tschau.